Verbindung zum Chat wird hergestellt. Chat verbunden. Wieso macht ihr diese scheiß Klotze nicht aus, ey? Arschlecken.de Was? Isst Pilze, neun von zehn. Ja. Ich hab aber keine. Ich hab keine Pilze. Nein, ich hab keine Pilze. Wieso ist es? Ah. Ta-witch. Creator Dashboard. Stream Manager. Verbindung. Hervorragend. Das ist schön. Ey, lass mich in Ruhe, ja? Du hast ja mal einen schönen Hammer. Darf ich den mal halten? Ey. Das ist anders richtig würdig. Nicht? Ne. Schade. Also alle, außer du. Puh! Ja. Ey, Andy. Wir sind live. Ne, nicht wir. Du. Ne, du. Du bist ja mit dabei. Aber ich bin nur so ein Nebenkomparsel. Mich sieht man ja gar nicht. Ja, das kann man ändern. Mach mal Discord die Kamera an. Nicht? Nein. Nein. Aber ich könnte im Discord die Kamera anmachen und auf den Bildschirm zeigen, dann würden die auch meine Sachen sehen, was ich mache. Dann würden die auch sehen, dass ich viel besser bin. Ja, bist du nicht. Ne, ich auch nicht. Du penst nur mit dem Admin. Deswegen bist du so weit. Ne. Du hast mich doch schon wieder überholt. Ja, aber nur weil ich... Dings. Ja, weil du mit dem Admin penst, man. Ja, ich hab da so nen Trick angewendet, den ich jetzt nicht sagen. Ja, geh da mal weg, du scheiße Bot. Geh weg, hab ich gesagt, man. Geh weg, hab ich gesagt, man. Die Ding? Toll, ich hab schon zwei Handknarren. Geil. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Einer geht noch Statt da oben so rumzuspielen, könntest du mal hier runterkommen. Ich bin doch schon längst hier unten. Hetzt mich nicht mal. Wir sind zwei Stück direkt. Ja. Was geht los da? Wo denn? Da. Einer down, andere auch down. Ja. So, wo war ich das Problem, Andy? Mann, 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 ey. Nix kannst du alleine. Midi-Pack? Ja. Stell dir vor, ich hab zwei. Ne, ich hab auch drei. Hast du das gerade? Nein. Ah. Da, hockt er doch. Ey, was geht los da rein? Hockt er da rum, ey. Ja, der wollte gerade, glaube ich, seinen Partner, äh. Ich glaube auch, ja. Wieder, wiederbeleben. Hat aber nicht ganz so funktioniert, ne? Nicht so ganz, ne. Da, 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 da. Da liegt noch ein Medi-Pack rum. Ohne Scheiß. Keine Ahnung. Ich hab drei. Ich brauch nicht noch eins. Ich hab aber auch drei. Das war ein Medi-Pack, was du gerade markiert hast. Hier, lol, dafür renne ich extra zurück. Ah? Oh, Bots. Ne, oder? Doch, bei mir hieß es Bots. Wo? Wo? Wie immer da unten. Oder? Am Strand. Am Strand. Da oben. 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 Bäm Junge. Voll in die Fresse, alter. Was haben wir denn hier? Taktisches Sturmgewehr. Nämlich. So, aber meine ich das nur Oder haben die die Bots schwächer gemacht? Ja, ich meine auch, ne? Also, so schnell haben wir die noch nie erledigt, ne? Ja, ja, wollte ich doch grad sagen Na gut, das waren auch nur drei, ne? Oder waren es mehr? Die Drachen, ne, waren nur drei, ja Achso, Andy, ich muss mal zugucken Ich? Warum? Ja, dass ich die drei Zuschauer wieder hab Hast du mich verarschen, du hast heute sieben Zuschauer gehabt, ey? Ich hatte sogar neun, heute Morgen Läuft, läuft langsam Oh, guck mal, Andy, ich hab Splashies Wo bist du? Kämpfst du wieder gegen den Bot? Oder ist er Gegner? What? Ah Ich hab Splashies, guck mal her Wie, was denn? Moment Oh, halleluja Alter, wo hab ich denn jetzt Ist das irgendwie doof? Wo hab ich denn meine Waffe jetzt hingeschmissen? Bord, verzieh dich Ey, hier liegen aber fast nur mir die Packs rum, ne? Ich lass dich mal schuhe auch an Machst du schon Ist klar Ey, wo ist denn der? Andy? Ja Machst du Wie? Weil du nicht mehr redest Ne, ich bin gerade unter meiner Tochter Machst du Was sollst Blech, nee Huh? und lassen wir mal Richtung ich bin ein bisschen weit weg genau machen wir uns aufmerksam ja bau dich doch direkt ein ja Ja, fickt euch doch, ey. Ohne Witz. 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 Ich hab's mir nicht schnell erleden müssen Ich hab's mir nicht geholfen Wo ist der denn? Müsste, glaub ich, irgendwo bei dir da hinten sein. Nur mal, äh, äh, den, den du da suchst, da, diesen komischen... Was ist das, Russe oder irgendwie sowas? Vom Namen her. Ich? Ja. Das warst doch du, oder nicht? Ich weiß nicht, was du meinst, wovon du redest. Ja, dringender Auftrag. Eliminiere bliblablub da. Ach so. Ja, ist ja hier bei mir. Ich hab eben Fußstapfen hier gesehen, aber jetzt siehst du nicht mehr. Ich denk mal, dass sie irgendwo am rumcampen. Ja, wat auch sonst. Die können ja eh nichts anderes. Wat auch sonst. Die können doch eh nichts anderes. Ja, servus der Truckerfahrer. Alles gut? Ist dein griechischer Name. Yo, danke. Wo ist diese, diese campende... Da schießt irgendwas. Wo? Da draußen. Ja? Ja. Wow, 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 wow. So, ich dachte, du bist das. Ich schieße. Alter, ich treff nix, ne? Und davon ganz viel. Lol, das war er auch nicht. Er hat aber grad noch irgendwo was geschossen. Deswegen stand ich da oben auf dem Dach. Ja, genau da hinten. Fußspuren? Fußspuren? Ich seh sie auch. Null. Hä? Wieso schieß das jetzt da draußen schon wieder? Hä? Versteh ich nicht. Okay. Hä? Da oben, da oben. Da oben. Löööö. Ach, da oben, ja, dann sagt das doch. War, war da am, am, äh, Materialien am Sammeln oder so. Was? Achso, sind fast ähnlich mit Russ... Ja, deswegen dachte ich, dass Russisch... Ich habe so ein leichtes Muni-Problem, hatte ich hier noch nie gehabt, wenn ich hier gelandet bin. Ach, hast du das gerade auch, ja? Ich habe 14 Muni fürs schwere Sturmgewehr. Löl. Machst du das gerade schon wieder oder war das ein anderer? Nö, das war ich. Ich glaube, ich habe ihn auch schon. Weil ich sehe einen rumlaufen. Ja. Ja, moin. Ja, komm, weil es so schön war direkt nochmal. Wo ist er denn jetzt? Warum? Ah, der ist weiter weg. Richtung Tankstelle. Ja, das ist scheiße, Truckerfahrer. Das ist richtig scheiße. Hoffen die Straße, der hat schnell, schnell überstanden. Dahinten, der LKW. Ah, der ist sogar der. Dem, sein Partner muss ja auch noch irgendwo rumrennen. Komm mal her. Zeig mal, wo dein Partner ist. Danach hexte Kopfschuss. Ja, das war er. Ja, ich habe das ja gerade schon gesehen, wo von wegen Vision, Vision Runner, Dingsbums, niedergestreckt. Zone kommt doch fast. Alter, ich wollte gerade sagen, wieso renne ich denn in die Richtung? Nein, wir müssen in die andere Richtung. Oh, Pilze. Oh, noch einer. Oh, das ist ohne. Noch einer. Oh, 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 oh. Was ist das denn? Was ist das denn für eine? Wo kommt die denn auf einmal her? Lö. Alter. Ey, ich habe noch drei HP. Ach, hast du? Ja, Verbände. Jo, merci. Schuff. Heftig. Alter, die hast du gerade gar nicht gesehen, ne? Ne. Ne, ich habe die erst gesehen, wo sie schon vor dir stand. Ja, alles klar, Truckerfahrer, mache ich. Mache ich dann nach dem Stream. Dem Stream, vor dem Stream. Voll heftig. Voll heftig. Ey, die hat aber so einen richtig komischen Skin, ne? Ja. Äh, wir sollten Richtung Zone, ne? Ja, ich weiß sogar. Guck mal, wo die ist. Bitte? Hier liegt aber Moni, die ich mir mitnehmen muss. Ja. Oh, Mann, ey. Aber ich glaube, den Skin, den kannst du jetzt noch diese Season freischalten mit dem Battle Pass, ne? Keine Ahnung. Der kam mir nämlich irgendwie so bekannt vor. Sind wieder die, die die ganze Zeit im Kreativmodus campen. Dass sie, dass sie so weit sind. Genau wie du, du bist ja auch schon Level 27. Und Zone kommt. Ja, ich war wirklich im Kreativmodus. Ja, sag ich doch. Ja, ich glaube, ich bin jetzt sowieso hier rum. Ich kann ja hier rum. Den kann ich ja noch stehen lassen. Aber ich habe noch keinen Battle Pass gekauft. Ja, wie gesagt, ich habe mir dieses Abo gekauft. Ja. Ich habe ein Auto bei mir. Das ist nämlich, du bist ganz schön weit weg von mir, ne? Du hörst ein Auto bei dir? Ja, da unten auf der Landstraße. Ja. Äh. Was wollte ich jetzt? Achso, ja. Dingsbums. Ich habe mir ja dieses Abo gemacht für 11,99. Beschießt was? Ja, ja. Ich bin schon unterwegs. Und, äh. Du zahlst ja so rein theoretisch gar keine 11,99. Weil du kriegst 1.000 V-Bucks. Du kriegst ein komplettes Skin-Paket geschenkt. Da sind Bots. Jo. Da sind Bots. Weg hier. Nee, ich habe keinen Bock auf die Bots. Und die Zone kommt. Ich habe doch gerade gesagt, ich habe keinen Bock auf dich. Wir sind doch da. Oh, are you mean? Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ganz dringend. Andy, Zone. Alle down. Trotzdem Zone. Äh, hast du die gerade alleine platt gemacht? Die sind echt schwächer geworden, ne? Ja. Boing. Alter, was bauen die denn da? Äh, ein Kartenhaus. Die sind doch im Schrank, ey. Oh, oh. Was? Oh, oh. Äh, schießt das bei dir da oben? Ja, ja. Hier sind Gegner. Einen habe ich gerade platt gemacht. Einer ist genockt. Da ist der andere. Bam. Wo denn? Achso, ich war weg. Sieben Kills. Nö, ich habe vier. Ich habe vier. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Carmen auch genau richtig. Ich habe nämlich keine Money mehr gehabt, ey. Na dann. Alter, was haben die sich hinzurechtgebaut, ey. Ist doch krank, ey. Weil mich, wollte gerade sagen, ich wette mit dir, da sind auch noch welche. Natürlich sind da noch welche. Natürlich sind da noch welche. Ja, was schießen. Am Neustartbus. Ja. Einen sehe ich schon. Ah, Wichser. Hä? Wo siehst du da einen? Da ist er gerade hinten lang gelaufen. Achtung, Andy, von links kommen zwei. Von links kommen zwei. Alter, willst du mich gerade verarschen? Boah, wo hat der mich denn jetzt gekillt? Wir sind drei, ne? Ich bin lock. Achso. Ja, egal. Scheiß drauf. Kümmer dich um die. Lass mich liegen. Ja, der eine. Kümmer dich um die. Einer ist down. Boah. Alter. Ich bin hier im Haus, ne? Wenn du mich healen willst. 40, 38, 36. 30, 30, ja komm, ich blöde nicht. Das waren gerade zu viele auf einem Haufen. Ich hätte ihn auch geschafft. Er hat nur noch zwölf Verfehl gehabt. Ich hätte ihn nur mal treffen müssen. Das ärgt mich. Schade, war aber ein guter Lauf gewesen. Das war ein guter Lauf. Ne, Marcel. Das ärgert mich. Du ärgerst mich. Ich. Was macht man? Ich, ich, ich ärgere dich. Wieso ärgere ich dich denn? Was macht man, wenn man sich ärgert? Schokobungs essen. Prost, Fretze. Was macht man? Du Gotter. Ja. Du fasst eséta. Duatsk hast pattig. Du fasst där. cinst. Du fasst du fasst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, Mann, Mann, Mann. Hast du einen Ruckler? Äh, was? Ja, ich hab nicht gesehen, dass ich schon markiert was. Hast du? Stell dir mal vor, das macht ein Geheirrsch, wenn ich markiert hab. Ja. Öh, schon wieder vier Zuschauer. Ja, aber das hört man nicht, wenn man am Essen ist. Was tut, Andy? Nein. Schon wieder vier Zuschauer. Na, ich. Hätte? Ich hab drei. Ne, vier. Oh, bevor hier jetzt wieder so eine dumme Funz kommt und mich hier abknallt. Sag ich vorher mal hier oben auf dem Dach die Waffe ein. Oh, ja, genau so. Ah, ja, genau so. Oh, ey. Ist das Böttchen hier? Ne, natürlich nicht. Jetzt ist er nicht hier. Ist hier ein Spur. Ah, ich glaube, wenn es ein Kollege kommt. Ne, doch nicht. Ja, hier sind noch zwei andere. Ja. Oh, bei dir? Keine Ahnung, boah. Also, den Kollegen hab ich grad abgeknallt. Ach, ist hier hier drin. Oh. Bis dann? Ja. Der heilt gerade sein Kollegen. Der heilt sein Kollegen. Der heilt sein Kollegen. Der heilt sein Kollegen. Jawoll. Jetzt heilt der gar nichts mehr. Jetzt heilt der gar nichts mehr, mein Freund. Was ist denn jetzt los hier? Heute ist unser Tag, Marcel. Heute ist unser Tag. Ey, heute ist AIM voll gut. Ich zocke auf der Playstation 5 Truckerfahrer. Heute rum uns alles wieder, was wir die ganze Zeit verloren haben. Und der Kollege, der zockt auf PC. Ja, also bis jetzt so, wie sie sollen. Also von den ganzen Problemen, die die da überall berichten, kann ich nix sagen. Also es ist auf jeden Fall im Gegensatz zur Playstation 4 ein mächtiger Sprung, den die, äh, gemacht haben. Hast du hier alle Pilze weggefressen? Ja. Hab ich. Oh ja, lol. Wir müssen uns noch nicht mal beeilen, wir sind in der Zone. Ich hab 1400 Gold. Aber das ist echt ein Bug, ne? Dass das Gold von jetzt auf gleich weg ist. Okay. Okay. Oh, ein Lama. Eins. Ey, lass mich durch hier. Du brauchst auch nie. Ja. Ja. Warte, äh, Truckerfahrer, die Xbox One S, das war doch die, die kein Laufwerk hat, ne? Ja. War doch richtig, ne? Die Xbox One S hat kein Laufwerk. Ja. Ja. Finde ich. Finde ich scheiße, weiß ich nicht. Ich, ich, ich frag mich, was das, ich, ich, ich frag mich, was das soll. Man bringt ne Konsole auf den Markt, die kein Laufwerk hat. Totaler Schwachsinn. Also, ich, ich, ich fühl was in der Hand haben. Also, ich, ja, ne, ganz, ganz ehrlich, es, 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 es geht ja nicht nur gut, Kon, Konsole. Gibt zwei davon. Ach, ach, ja, stimmt, von der, von der One S, gab's ja sogar zwei verschiedene Versionen. Eine mit und eine ohne Laufwerk. Eine mit und eine ohne Laufwerk. Du hast die mit Laufwerk, ja, das, gut. Dann, dann, dann ist gut. Ich, gar nicht. War ich auch die ganze Zeit, wenn wir überlegen, ob ich mir die auch holen soll. Was, ohne? Ne, die, die One S, aber, aber mit Laufwerk. Also. Ich hol mir keine Konsole ohne Laufwerk. Ich hab selbst die Playstation 5 mit Laufwerk. Weil ich unterstütze die Scheiße ohne, äh, ohne Laufwerk nicht. Weißt du, so kann ich jetzt einfach mal ein GameStop rennen, kann mir da ein gebrauchtes Spiel holen und gut ist. Kannst du mit der, mit der, äh, digitalen Edition kannst du das nicht. Da bist du auf den Scheiß-Store angewiesen. Das stimmt. Genau wie mit der, äh, Series X und, und S. Also ich würde, würde mir eher die Series X holen, als die Series S. Ich will ja nix sagen, ne, aber du läufst voller Zone entgegen, ne. Ja, ich weiß, das hab ich gerade auch gesehen, danke, Handy. Das, das würde ich nur ohne dich machen. Da frag ich mich auch manchmal. Ah, Gott, 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 Gott. Ja, ich hab, ich hab grad auf die Karte gekriegt, aber mein, mal, irgendwie, wieso, 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 entferne ich mich von dem, von dem weißen Strich. Äh. Oh, jetzt baut er sich die ganze Zeit ein, ne. Hier oben ist irgendeiner. Ah, einmal getroffen, schade. Was machst du denn da? Hier ist einer. Hey, du sagst nicht. Killen, Mann. Ja, ging ja nicht. Wieso baut er, wieso, wieso baut er sich denn ein? Ist der doof, oder was? Ich hab nur noch drei HP. Ne, acht. Oh, acht HP geht ja noch. Oh, da läuft schon wieder einer. Wo? Oh, da ist ein Medifac. Oh, da ist ein Medifac. Ohne Witz, das, das taktische Sturmgewehr ist auch so böse, dass es böse ist. Ich hab hier ein Medifac. Oh, what the hell? Oh, oh. Oh, schuf. Los, rottier. Ey, ich hab's gerade nur noch schießen gehört. Ey, ich hab drei Medipacks. Ich hab's drei. Ja, jetzt hab ich auch noch zwei. Scheiße, Zone kommt, ne. Komm, heal dich doch mal was schneller. Jetzt hab ich auch drei Medipacks. Oh, scheiße, ich lauf der Zone entgegen. Lön. Jetzt sagst du ja nix, ne. Sorry, ich war grad... Ah, Hilfe. Ja, ich kann leider nur skinnen. Also, modden kann ich nicht, Truckerfahrer. Sonst hätte ich gesagt, mach ich, mach ich dir, äh, das. Aber ich kann leider nur skinnen. Modden, modden geht leider nicht. Bin ich zu doof für. Ja, geb ich ganz ehrlich zu. Ja, gut, ich hab mich auch noch nie wirklich damit befasst, ne. Ich kann weder noch. Ich hab mich für, hier für den Eurotruck-Simulator, hab ich mich immer nur für die Lackierungen entschieden. Also, da hab ich mich wirklich drauf vertieft. Stimmt, da hast du früher. Hast du richtig viele Skins gehabt von, ne. Ja. Ja, skinnen ist definitiv einfacher als modden, ne. Weil beim modden musst du ja komplett neue Modelle und so weiter erstellen. Und dann, äh, nee, skinne ich lieber. Oh, da geht's ja runter. Was guckst du da, Schatz? Was guckst du da? Was? Was? Alle Jahre wieder? Mach, was? Ja, Sebastian, gesellig. Eine schöne Schlachtergeschichte von einem kleinen Knurfs. Gegner. Einer Nock. Boah. Na. Schmeiß ich dem schon wieder Medipack hin, ey. Boah. Da war aber gerade noch einer. Warte, musst du aufpassen. Hier war gerade noch irgendeiner. Sicher, der hätte sich aber gefreut. Der hat hier rüber geschossen. Ah, siehste, da am Wasser. Da am Wasser. Da hinten auch am Wasser. Da ist noch einer. Boah. Da hinten ist noch einer. Rechts. Ah, ich bin Doc. Andy, der hat mir Auer macht. Ah. Das war scheiße, ey. Ja, klar. Fünfter. Alter, ich hab's so im Gefühl, ne. Es gibt heute noch einen epischen. Das, das juckt schon in den Fingern. Ah, ne, das heißt, dass es Geld gibt, ne? Also bei mir stimmt beides nicht. Ja, den, äh, den Skin hab ich auch vom, vom Schubert, ja. Der geht leider im Multiplayer nicht, ja. Da sagst du was. Leider. Eine große Trucker-Legende. Ist der nicht gestorben? Ja, viel zu früh. Leider. Da haben die doch alle um Punkt zwölf Uhr, glaub ich, gehupt. Ja, ja. Ja. Der Andel. Der ist doch hier berühmt geworden mit hier Asphalt-Cowboys auf, auf D-Max. Ja, ja. Ja. Seitdem läuft das irgendwie, weiß ich nicht, beziehungsweise, ne, jetzt, jetzt nicht mehr, aber es lief, äh, lief danach hoch und runter, ne? Asphalt-Cowboys. Der hat die Schnauze auf der Zohe gehabt. Ja. Ja, mich, mich auch, Trucker-Fahrer. Mich auch. Schatz, was? Was denn? Eine, was? Ja, guck. Wenn man die an der Wand festschrauben kann. Das wär ne geile Idee, sowas kann man aber auch selber bauen, Schatz, ne? Ne Kletterwand mit Matratzen. Aber nicht du. Aber nicht ich? Ja, ha, ha. Guck dir, guck dir, guck dir unseren Garten an. Er sagt er, er sagt er, er sagt er, aber nicht du. Bist du eigentlich schon wieder? Ich bin mal hierhin gegangen. Ich dachte mir, gut, dann räumen wir halt. Das fällt einmal von da und dann von hier auf aus. Bis jetzt klappt das eigentlich ganz gut, weil ich dringe gerade zu dir durch. Ich dringe jetzt in dich ein. Das hat sich gerade verkehrt angehört. Hier war doch gerade irgendwann... Nein, guck dir willst du da auch, ey. Sag ich doch lieber einen. Hatste keine Muni mehr? Oh, eine Runde Mittelleid. Und da schießt schon wieder, wenn man das nicht rum. Das passiert dem Besten. Das schießt schon oben auf dem Dach, ey, du feige Stücke. Boah, ey. Wichser. Na. Wo ist der? Geht doch kacken, Mann. Okay, scheiße. Ach, du auch da auch ne Andy. Da haben wir ja Glück gehabt, da sind gerade die Bots gelandet. Wenn ich das an dem Ding gerade richtig höre. Ich glaube, der ist auch schon dran. Ja. Ja. Genau. Hoffentlich nimmt er dich richtig schön von hinten. Als Sau. Was? Ja, du alte Sau, hab ich gesagt. Warum? Ja, weil es so ist. Warum? Nimmt er dich von hinten. Das darfst du jetzt dem schon wieder auf 18 stellen. Der steht doch eh schon auf 18. Achso. Na, dann kann ich ja auch ficken und sowas sagen. Ja, kannst du. Hab ich doch eben gesagt. Geh weg, Mann. Ich meine, interessiert mich ja ein Scheißrein, wenn die mit Mami so ein Pappys Account bei Twitch drin sind, ne? Das ist dann nicht mein Problem. Eigentlich ja. Tatsache. Das ist eine Tatlache. Ja, komm, geh mal. Geh mal hin. Geh mal hin. Geh mal, geh mal voll hin. Ja, 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 ja. Was, was, wo? Wo warst du hin? Oh, fuck. Wo hast du markiert? Ich hab... Ja, dann, ja, geh mal lazy. Von hinten hast du den Abstand auch drin, ja. Hier steht ein Treckerfahrer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, das war ein Fehler, ey. Guck mal, wie viele hier hingehen. Scheißegal, wird doch lustig. Lustig, ne? Bitte? Was hast du mit Schnee, Schatz? Nee, ich will nicht in den Bergen landen. Oh, hört doch auf zu bauen, du Opfer, Mann. Ey, kriegen einen Schuss ab, weil sie direkt 100 Meter, 100 Meter bauen. Boah, regen mich solche Pisskinder auf, ne? Ich glaube, ich muss mir echt ne Xbox zulegen. Ich hab so lange mit Xbox-Controller über PC gezockt. Ich glaube, ich bin mittlerweile echt zu doof für den Playstation-Controller. Du schießt auf ne Tür, Andy, ne? Ist dir bewusst? Ja, hab ich gesehen. Ich wollte ja, ich wollte ja nur mal fragen, ob dir das bewusst ist, dass du so auf eine Metalltür schießt. Guck mal, da campen die da oben schön auf dem Dach rum. Ey, guck dir das an, ey. Campen die da oben am Dach rum, ich werd verkloppt, ne? Boah, ey, das war für den Spinner nicht gebannt, ey. Tja. Frag Epic, warum es die nicht gebannt werden. Ja. Weißt du, selbst FIFA, selbst NHL kriegt es mittlerweile hin. Wenn du AFK bist, wirst du aus dem Spiel geschmissen. Richtig so. Aber so ein Drecksverein wie Epic Games, äh, weißt du, die sind zu dämlich dafür. Die können sowas nicht. Ist zu kompliziert, sowas in die Spiele einzubauen. Weißt du, selbst Counter-Fucking-Strike hat es hinbekommen. Ja, vor allem, ich schieße zwei Zentimeter daneben. Und dann bis am Arsch, ne? Ach, das ist eh voll, das ist eh voll die Verarsche. Das Fadenkreuz ist genau auf, genau auf der Person drauf. Und die Waffel schießt daneben. Was ist das? Wie im richtigen Leben. Zwei Zentimeter daneben und du bist im Arsch. Ja. Was guckt da eine Frau, oder? Was hat die so von Spaß da? Die guckt gar nichts. Die ist gerade, die, die gar nicht... Die ist gerade die Muschi am Verwirrung. Oha. Das kann auch nachwechsen. Also die, also die vierbeinige Muschi, ne? Was, wie, das hab ich gestern gemacht? Wieso weiß ich davon nichts? Achso, deswegen hab ich nur einen Muskelkater im Oberschen... Ah, okay, gut. Hallo? Ja, alles, was nicht fest ist. Ich liebe dich auch, mein Schatz. Ich markiere nicht mehr. Ich markiere nicht mehr, ohne Witz. Geh doch ficken, ey. Ah, Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Und dann. Diesmal bist du auf der anderen Seite gelandet. Jawoll. Immer drauf auf die Mutti. Ey, ich, äh, geh mal eine rauchen. Oh Gott, oh Gott. So, sorry, wieder da. Hallo? Andy? Junge, 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 Junge... Junge, 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 Junge... Junge, Junge, Junge... Ah, okay. Alles klar. Ja, sorry, Frau musste mir grad mal Augentropfen reinmachen. Die Luft zum Stinken bringen. Aha. Was? Wie hat Andy gezaubert? Nee, der ist eine Rauchen. Doch, klar kannst du das selber, indem dein Faden lässt. Super. Ist das jetzt der Straight Down? Hä, kommt heute Supertalent? Warum? So. Ja, durf. Und selbst dann geht es nicht. Ja, doch. Danach stinkt die Luft. Ach so! Nee, Auge, weiß ich nicht. Also, wenn ich das selber mache, geht das immer daneben, ne? Immer. Scheiß Augentropfen, ey. Jedes Mal. Daneben. Oder ich piek's mir mit dem Scheiß-Ding ins Auge. Ist halt so. Voll. Weiß ich nicht. Ah, da, 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 da. Ja, schwer von Kapischi. Mal. Ja. Na. Ja. Ja. Ja, da. Ich bin dasy. Ja. Ja. Mhm. Ja. 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 Ach, so ist das, man. Noch viermal schlafen, dann darfst du wieder arbeiten. Ja, ich freue mich. Oder langsam Zeit. Ja, ist doch super. Das ist doch super. Das war's the best, gravity's the test, let's fly past the sky and tell Earth our goodbye. One, two, three, three, four. Das war's the best. 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 Und das war's the best. gestartet. Ja, Prioritäten setzen. Gut. Ich war mal pünktlich. Ja. Ja, morgen früh auch wieder. Morgen früh wird wieder ETS streamt. So, zwischen 8 und 9. Es sei denn, die Software ist morgen wieder down. So wie heute morgen. Heute morgen warst du auch down. Heute morgen war ich auch an. Ich wollte um 8 Uhr, wollte ich live gehen. Ja, war aber nichts. Da war die Speditionssoftware, die wir benutzen, down. Leider. Morgen darf die Ding ist wieder, ne? Die Age. Ja, am Morgennachmittag. Heute habe ich erst mal mitgelebt, was passiert, wenn ihr die Leute hostet. Wieso? Als ich von deinem habe ich wurde gefragt. Was? Du wurdest gefragt? Achso, ja. Du wirst gefragt, aber da musst du normalerweise nichts machen. Du gehst normalerweise automatisch mit drüber. Ja? Oh, ich hab wieder die geile. Voller. Mann, du kleiner Perfektor. Du Andy, bist du tot? Ja, und der Assi hat auch noch. Der Assi hat auch noch was. Ja, und noch den Boden. Da ist im Fenster. Guck mal. Ja. Ah, komm her. Zeig dich. Das hat's gerade auch voll gebracht. Man sollte mit der Waffe auch treffen, ne? Ja. Ey, mit der Waffe hat er eben, hat er mich von, von, ja, nicht so weit, aber schon weiter Entfernung, womit er eigentlich mit der Schrot fliegt, nichts tritt, hat er mich, hat er mein ganzes Blue Life weggeholt, ne? Ja, ja, wie ist... Du hast ja gesehen, das Haus steht da nach in Flammen, wenn du die abgeschossen hast. Ja. Ja. Oh, ich muss dir mal ne neue Kopfhörer holen, ey. Aber wie gesagt, also Xbox, Xbox, äh, One S war ich wirklich auch am überlegen. Aber, äh, Laufwerkversion. Ja, ich, wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass es überhaupt ne Laufwerkversion gibt. Doch, 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 doch. Weil ich wollte die... Das war, das war bei der S, bei der, bei der One S war, äh, war das der Fall. Da gab's doch insgesamt drei, drei, drei verschiedene. Ich wollte mir die S eigentlich aufholen, aber nur, weil sie weiß war. Ja, die, ne, die, die weiße gibt es nur, äh, digital. Aha. Und die, die schwarze, äh, S kriegst du, äh, mit Laufwerk. Also, ja, aber mein Bruder hat gesagt, ne, die gibt es nur ohne Laufwerk, ne? Ja, die, äh, die weiße, die weiße, ja, ja. Ja. Die weiße gibt es nur ohne. Die schwarze kriegst du als digital und, äh, und mit Laufwerk. Alter, mein... Och, ey, ohne Witz, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, fünfzehn Twitch-Bots sind bei mir gerade im Stream anwesend. Fünfzehn! Siehste, ich wollte mal nachgucken, was das, was das bedeutet, wenn die bei dem Shit sind. Ja, wie gesagt, hab ich, hab ich dir doch letztes Mal schon erklärt. Der eine, der eine achtet auf, auf Urheberrechtskacke, der andere achtet auf die Kacke, der andere, wieder ein anderer achtet auf die Kacke. Ach so. Ja. Einer, einer achtet darauf, ob irgendwas rassistisches oder keine Ahnung was, hier, keine Ahnung, rechtsradikales oder irgendwas im Stream passiert oder, äh, dann ist wieder ein anderer, der, der guckt wegen, äh, Nacktheit und hast du nicht gesehen, also, also sprich, alles, was halt auf Twitch verboten ist. Aber nur auf, auf, auf Bildschirm, ne? Was? Aber nur auf Bildschirm, was, was wir sagen, können die ja nicht hören, ne? Das können die auch hören, klar, sind ja, das, 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 sind ja Personen dahinter. Das sind ja keine richtigen Bots. Ohne Scheiß. Ja. Also, die hören das, was wir hier sagen? Eben, wenn, wenn die den Ton anhaben, dann ja. Aber die haben keinen Ton an. Weil sonst, würden die als Zuschauer angezeigt werden. Da die aber momentan nicht als Zuschauer angezeigt werden, ist es auch scheißegal. Bist du noch da? Ja, weil man könnte ja rein theoretisch, oh, ich hab hier Fußspuren. Ja, ich auch. Jetzt hab ich hinten rein. Aber man könnte ja rein theoretisch, könnte man ja so'n, so'n Twitch-Stöhnkanal machen. Das ist ja so. Mach du mal. Wo ist Zone? Haben wir noch Zeit. Alter, die waren aber gerade richtig mal lost. Also, das heißt, Montag ist dann, äh, was meinst du, wie lang brauchen wir da? Ganze Woche oder, oder wie lang? Ja, vier Tage habe ich so eingeplant, werden wir bestimmt brauchen. Vier Tage. Für, was waren das? 43 Meter, ne? Ja. Ja. Ja, geil wäre natürlich, wenn wir noch eine zweite Presse haben, ne? Ja. Dann könnte, ne, geht nicht, ne? Von, von, äh, dass wir uns dann in der Mitte irgendwie treffen. Das eine auf der Seite anfängt, der andere auf der Seite anfängt. Oder, oder, oder geht das? Bei dem Haus würde ich das gehen, doch klar. Ja, das wäre, das, das wäre natürlich geil, ne? Aber dafür muss ich, glaube ich, auch erstmal richtig mit der Presse zurechtkommen. Ja, das Gefühl hat man eigentlich relativ schnell für das Ding, ne? Ja, gut, das, das sagst du so einfach, ne? Ich habe hier Fußspuren. Wo ist er denn? auch? Ich habe zwei Fußspuren sogar. Ja, hinter dir. Einer ist down. Einer versteckt sich hier. Blöd. Was ist er denn? Oh, sehr schön. Sehr schön. Hat der gut gemacht, der Handy. Äh, ja, du wolltest aber grad was, grad noch was sagen. Mit dem, mit dem Gefühl hast du schnell. Ja, gut, wenn ne, dafür, dafür muss ich aber öfter damit arbeiten, ne? Ja, ja, klar, logisch. Aber wenn wir zwei Pumpen haben, dann werden wir wahrscheinlich auch die Arbeit dafür haben, ne? Hä, wie meinst du das jetzt? Wenn wir zwei Pumpen hätten, weil ich würde ja jetzt keine Pumpe kaufen, noch eine. Ja, ne, ich, ne, ich rede ja jetzt nicht von kaufen, sondern, äh, ah ne, Mieten war zu teuer, hast du gesagt, ne? Ja, Mieten wird sich nicht lohnen, ne. Ja, wo steht denn hier oben die scheiß Kiste? Oder ist sie, ah, hä, unter mir! Wo hat er denn? Acht da. Ich habe Splashies. Hast du das mit dem Auto? Ja. Ja. Lassen wir mal Richtung Zone. Eine, eine Minute 45 haben wir noch. Du musst mit dem Auto fahren. Bist du auch schon einmal so schnell weggehangen. Weißt du, schon mal nicht. Die Hauptsache durchlaufen. Ja. Die. 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 Oh, hinterher ist viel Spuren. Oh, krass. Mit drüben fährt noch ein Auto, oder? Ja. Oh, krass. Danke, das ist eh fast leer, oder? Ja. Aber ich meine, die sind echt schwächer geworden, ne? Boah, der ist schon weiß. Achtung, wenn der Partner kommt. Ja, es stimmt. Ja, dass ein Okayer Typ nimmt. Ah. Ich bin jetzt hier Zone ist ja nicht weit weg Da kann man das mal machen Da hinten ist ein Sloppy war Ja, da hinten liegt doch noch ein Medipack Ich hab ein Medipack Das war gerade mal Teamarbeit So muss das immer sein Geh mal zum Sloppy oder was? Hier schießt irgendwas Ja ja zum Slop Zum Slop Alcari Noch ein Medipack Perfekt Er hat gerade trotzdem irgendwo was geschossen Schade Bäm, 105 Scheiß Baufutze Pass auf, pass auf, pass auf Andy Ich hab nix für die Ferne, ne? Ja ich hab ne Sniper, aber die Fotze baut die ganze Zeit Nix an Waffen gehabt, ey Ja komm Boah Ja auch der hat auch ne Sniper Löl Vor allem die hatte ich mit der Sniper gekriegt Taktische Dingens wurde mir angezeigt Ja 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 ja, damit hat der dich äh 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 Auseinander genommen Dir wird immer nur die Waffe angezeigt mit der du gekillt wurdest Und mir wird die angezeigt mit der ich gekillt wurde Ich krieg nicht deine Waffe angezeigt Oder du meine Wenn der dich zum Beispiel mit der, mit der, mit der Tech Also mit der taktischen Schrotflinte äh kalt macht Wird mir das nicht angezeigt Wenn ich dann danach verrecke Ich hab meiner Frau gestern einen epischen beschert Hä? Ja die äh, die hatte nur noch drei äh äh Warte, die waren nur noch zu dritt Auf der Karte Ja Da hat Frau mir den Controller in die Hand gerückt Mach mal Ich hätte einen epischen beschert Jetzt hat sie auch den äh Diesen komischen äh Sag mal schnell Äh Hängegleiter bekommen Diesen komischen Schirm Wenn du äh Einen epischen äh gemacht hast Ich weiß gar nicht Hast du, doch du hast den Ja klar hast du den schon Ja ich muss den Schirm Ja Dieser, dieser goldene da Dieser goldene, goldene Regenschirm da Als, als Hängegleiter Ja Ja Den haben wir ja gleichzeitig bekommen Das ist schon komisch Das ist schon komisch Den Tor hier kann ich unterm Röckchen gucken Aber der Lehrerin nicht ne Das ist mit Absicht Nervt ein bisschen Aber ich hab da grad eben im Shop ein Skin gesehen für 399 Ja eigentlich Ich glaub den werd ich mir auch holen Weil das Pack kostet ja dann auch keine 399 Weil du kriegst ja auch 600 V-Bucks geschenkt ne Ja Ja Deswegen hab ich mir auch das Abo gemacht Dass das, dass das monatlich abgeht von meinem, von meinem PayPal Konto Ja Guck mal du kriegst 1000 V-Bucks Alleine die kosten schon 10 Euro Weißt du, was ich meine? Naja, klar Das heißt Du zahlst auch Dann, weißt du, dann kriegst du noch ein komplettes Skin Paket Du kriegst ein, äh, ein Skin Ein, äh, Hängegleiter Ein Rückenaccessoire Und ein Erntewerkzeug Und das jeden Monat Auf gut Deutsch gesagt machen die Minus damit, ne Mit, mit dem, äh, mit diesem Abo Eigentlich ja, ne Aber dadurch, dass das wieder auf die Masse ankommt Ist genau wie im Phantasialand Phantasialand die Jahreskarte Die Jahreskarte kostet 195, 195, irgendwie sowas Du kannst aber jeden Tag rein In der, in, in, in der Saison Ja Ja Ich mein, wenn du dir mal ausrechnest, wie oft du gehen müsstest Das ist zwei, dreimal glaub ich, ne Ja, eben Da kannst du, äh, kannst du nicht meckern, ne Nö Ohohohoho Ohohohohoho Was hab ich denn hier? eine lilane taktische schrotflinte leck mich fett war das nicht meine die habe ich gerade aus einer kiste gezogen kann ich deine sagen ja hab ich nicht da reingemacht alter dein komischer spacken da der verpisst dich immer mehr ich hab'n glaube ich die fotze hat mir meine taktische schrotflinte abgenommen alter ohne ohne witz da krieg ich föhne ich sag ja ein schuss und die besser bauen sich ein das ist doch nicht normal also eigentlich den hat man als kind zu oft mit den legosteinen in die fresse gehauen deswegen bauen die da sowas ich mein gut es gehört zu dem spiel dazu aber ein schuss und die bauen sich ein was soll das erst gehört das spiel zum spiel dazu macht das spiel auch besonders aber man kann es auch übertreiben also ich sag ja so 20 sekunden ein teil bauen 20 sekunden sperre und gut ist hallo habt ihr es jetzt beide scheiß katzen oder was generell so eine sperre da rein bauen aber wie gesagt dadurch ist das game also erfolgreich geworden gerade wegen dieser bauerei ist halt ist halt einfach so muss man mit leben auch wenn es abfuckt weil ändern kannst du sehen ich es sei denn du fängst auch so anzubauen alle meine meine stream software hat gerade auch voll ein weg wir werden gerade zehn zuschauer in der software angezeigt wie viel werden die angezeigt zwölf drei ja wollte ich doch so wollte ich doch meinen mir auch das wäre es Da-da-da-da-da A-da-da-da-da-da-da-da-da Ah, ich kann dir auch sagen wo die sind. Die sind nämlich hier hinten gelandet. Glaubst du, ich finde keine Waffe? Okay, das war er nicht. Das war er. Geh mal den nächsten Auftrag machen bitte. Okay, ist weit weg. Da geh ich jetzt nicht hin, aber vielleicht erledigt sich das ja gleich von alleine. Das ist das Gute, dass das auch zählt, wenn andere den killen. Das ist cool. Da hat was geschossen. Achtung, der ist unten. Der kommt hoch. Der kann gar nichts. Die Zone ist auch nicht weit weg. Das ist schön. Das ist gut. 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 Das ist schön. Lassen wir mal Richtung Zone Aber meine Stream-Statistik geht immer mehr nach oben, ne? Ja Ahja, du kannst es ja ja einsehen, ne? Ja, ja Bin jetzt, äh, mit dem, äh, wenn ich den Stream jetzt, äh, beende, bin ich glaube ich bei, bei 2,2 Zuschauer im Durchschnitt, für diesen Monat Fehlen noch, fehlen noch 0,8 Zuschauer Bis jetzt Bis jetzt Und da ich ja jetzt Oh, Alter, ernsthaft Oh, Batz Ja Und da ich ja jetzt noch, äh, jeden, jeden Tag weiter streame Wird die auch noch höher gehen Kann sein, dass ich dann Ende des Monats Die 3 Zuschauer Im Durchschnitt hab, die ich brauche Für das Partner-Programm Für das Partner-Programm Ja, die haben mich gesehen Ja, das ist so schön Drei auch zu schießen Drei auch zu schießen Drei auch zu schießen Drei auch zu schießen Alter, noch 4 HP. Wie gut da ich noch ein Mappack habe. Beziehungsweise sogar 2. Alter, die Bots sind echt schwächer geworden. Die sind schwächer geworden, ja. Die sind schwächer geworden, definitiv. Löl, Alter, war hier noch keiner? Sieht nicht so aus. Hier war anscheinend echt noch keiner. Oh, wir sollten Richtung Zone. Ja. Die ist weit weg. Ey, die ganzen Bots verpissen sich endlich aus meinem Channel. Juhu. Sind jetzt nur noch 2, 4, 10 Stück. Kopfgeld fehlgeschlagen. Zeit ist abgelaufen. Ist halt so. Hat er sich versteckt, wa? Entweder das oder das sind wieder so Baufotzen. Wie auch immer. Wie auch immer. Was ist die Welt? Oh, siehst du. Oh, siehst du. Okay. Ich bin fast da runtergefallen. Ernsthaft? Ja. Lull. Da. Warte. Da. Gegner. Ist gerade einer lang geraten. Da unten. Da auch. Da. Zwei Stück. Ja. Da kommen die unter uns. Was auch sonst. Was auch sonst. Was anderes können die gar nicht. Wissen ganz genau wenn sie sich nicht einbauen versagen sind. Guck dir das an ey. Leck mich in der Tisch ey. Die wissen ganz genau wenn sie sich nicht einbauen versagen sie. So lächerlich ey. Der andere war schon weiß. Kacke ich drauf ganz ehrlich. Da kacke ich drauf. Da 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 da. Da 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 da. He. Aber wie gesagt, die wissen genau, wenn sie sich nicht einbauen, versagen würden. Klar. Weil die zu blöd für dieses Spiel sind, wenn es ums Ballern geht. Bauen können die. Tja, aber wie du schon sagtest, das gehört halt zum Spiel dazu. Ja, ich reg mich ja nicht mehr drüber auf. Ich aber. Ja, dann reg du dich drüber auf. Ich schräg mich nicht mehr drüber auf, das sind meine Nerven, oder? Robin, was ist denn hier los, ey? Wollen hier so viele Läden? Aber lass mich doch hier raus, Mann. Was ist denn jetzt? Ja, genau! Boah, du schrampel! Jo, Dito. Scheiß Catwoman, ey. Einen konnte ich noch killen. Nächste Woche nochmal Schule. Und dann ist Schule und Kindergarten-Zug. Das sind Ferien. Und dann ab dem 27. bis Ende Januar. Kindergarten und Schule-Zug. Geil, ne? Äh? Wie jetzt? Ja? Totaler Lockdown. Hä? Wo war... Äh, 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 äh. Ja, wie, wo war... Also, bei uns die Schulen sind dicht. Ohne Scheiß? Ja. Wurde ich direkt mal in der App nachgucken, ey. Also, wir haben so eine... So eine Schul-App. Stewie nennt sie sich. Ja. Da geht die Schule immer so Infos raus. Ja, würde ich mal nachgucken. Also, bei uns, äh, 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 Kindergarten und Schulen und Brüsen sind dann geschlossen. Ne, bei uns noch nicht. Ah, wird, wird dann bestimmt noch kommen. Ja, die waren das, waren das ja am Planen, ne? Ja, wie, wie gesagt, ist ja totaler Lockdown, ne? Ist ja alles dazu. Außer halt, äh, Lebensmittel, ne? Aber da, aber da sollen wohl auch, äh, äh, Läden mit so und so einer, äh, äh, sag mal ich, eine Quadratmeterzahl sollen auch zu sein, ne? Also, kleinere Läden. Oh, wei, oh, wei. Ich mein, gut, hab ich bei Facebook gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber, äh, wäre schon möglich bei, bei der, bei der Regierung, was die, was die momentan... Ich sag ja, hätte viel früher passieren müssen. Ja. Ja. Die hätten den, den, die hätten den, die hätten den, die hätten den totalen, die hätten den totalen, die hätten den totalen Lockdown, hätten die im Sommer machen. Nicht, und nicht jetzt zum Winter hin. Ja. Die hätten viel früher reagieren müssen, dann hätten wir wirklich alle Weihnachten Ruhe gehabt. Ja. Ja, gut, ja gut, Weihnachten haben wir ja Ruhe. Der Lockdown gilt ja erst danach. Ja. Ab dem zweiten, oder ab dem, ja doch. Ne, nicht ab dem zweiten Weihnachtstag. Danach. Nach, nach den, nach den Feiertagen. Ich. Ab dem 27. Ja. Das, äh, weiß ich nicht. Das hätte viel früher passieren müssen. No. Die hatten lange, die, 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 die hatten lange genug Zeit. Aber nein, es muss jetzt wirklich genau, genau zu, äh, zu Weihnachten. Ja. Vor allem mir verbietet ganz bestimmt keiner das Zeug, was ich für Silvester gekauft hab, ne, beziehungsweise bestellt hab, äh, nicht abzufeuern. Das geht die in Scheißregern. Dann sollen sie mir das Geld dafür, dann sollen sie mir das Geld dafür wiedergeben. Ja, du darfst es ja nicht. Weil, ist ja, ist ja, ist ja, ist ja, ist ja, ist ja Lockdown. Ich hab gar nix gekauft. Ey, mach dich jetzt nicht drauf. Bist du? Ich hab hier Fußspuren bei mir. Ja, ich hab einen, einen Knock. Der lief gerade hier. Der, der wollte sich gerade an dich ranschleichen. Den Zahn hab ich, den Zahn hab ich dem aber mal ganz schnell gezaubert. Hier hab ich den, schon gelädigt. Fußspuren deswegen. Wusstest du das, dass der da ist? Ja, der hat sich gerade so richtig schön, so richtig schön an dich ran geschlichen. Hat er sich schon in die Camper-Position gebracht, ja. Super, ich will ihm auf den Schiffen. Ich geh mal direkt kurz zurück. Der kam gerade auf mich zugerannt. Loll. Der ist auch hier in der Nähe irgendwo. Ich renn mal in die Richtung. Ich bleib mal hier, ne? Ich hab ja noch 160 Muni, sollte glaube ich reichen. Ja, okay, da geh ich nicht hin. Da ist mir zu viel gebaut. Können andere erledigen? Ja. Ja, da ist wieder so ne, so ne Skybase nach oben gebaut. Oh, wei. Ja, da geh ich nicht hin, da kannst du alleine hingehen. Ich hab aber noch Splashys, wo bist du? Vier Stück hab ich. Im Haus hier drin. Warte, ich kann raus. Das ist ein Atsch! Merci. Gerne. Ey, Andy! Äh? Andy! Ja. Aua. Äh. Fuck! Hahaha. So war das nicht geplant. Hab ich dich gerade durch die Wand geschossen? Nee, hab ich da vorher weggemacht. LOL Gegner Einer ist noch Stimmt doch gar nicht, das sind doch beide noch, hör doch auf zu lügen Die sind doch beide noch, hör doch auf zu lügen man Tut mir leid Irgendwie klappt das mittlerweile besser mit dem Zusammenarbeiten im Team, wa? Aua, meine ich das nur Arschgeige Alter, hast du jetzt ernsthaft die Fässer da weggemacht? Boah, du bist doch ein Pisser Sieht so aus Egal, hat aber trotzdem gezählt bei mir Ich hab 100% Oh, da kommt einer, die war nicht Ja? Nö, da kommt noch einer Hallo Gaportium Wir sind das Willkommenskomitee Abrissunternehmen Da kommt einer die Wand raus Ja, da kommt einer die Wand raus, war doch so Oh Ich wollt grad eigentlich schon weiter rennen Aber da dachte ich mir Hey, Moment mal, die Wand, die, die Wand bröckelt, da kommt einer durch Oh 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 Weißt du, einer noch Oh, da kommt noch einer Oh 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 Hat das Haus gerade zwei Kinder bekommen Cool, oder? Cool, oder? Im Haus Im Haus Im Haus Ich hab was für dich Ja? Ja Ich hab da auch noch was für dich Ja, komm her Ja, und ich komme Alter, wo geht's denn hier nach oben? Hä? Ja, das sag ich dir jetzt nicht Mach da! Blöd, ich bin unten, ne? Du willst mich gerade verarschen Oh, da schießt, oh Ja Achtung, da kommt was die Wand raus Nee, die tun wir nicht Nicht? Nee Wir hatten da was geschossen Da unten, ey, wo? Das klingt aber nicht nach Spielern, das klingt nach Bot Nee, das ist ein Spieler Einmal da und der da unten Ach, der eine ist schon lock Ach, der eine ist schon lock Nicht mehr Ah, dafür bin ich lock Oben 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 drauf Oben, das ist ein Oben 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 Ist einfach so Ja, hey Katze, was geht ab? Na? Hm? Was ist los Simba? Was ist los? Also ich warte auf die Gruppenanführer, ne? Ich hab doch schon längst bereich gedrückt Hm? Also ich warte auf den Gruppenanführer, ne? Was? Ich warte auf den Gruppenanführer Ich hab schon längst bereich gedrückt Bei mir läuft die Zeit schon Ja? Du Erbsenkopf, du Also ich warte noch auf den Gruppenanführer Cool Warte mal Simba, was machst du da? Hey, komm hoch Nee? Dann nicht, dann hast du hier noch Falsamic Hyeaiaiaiaiui Ey was ist Die Baustelle, nächstesوach ist es in Rondo Nach in Rondo, in Höhren Ja Ach, ist das die in Ah... Ja stimmt, hast du ja gesagt Nichts mehr in Richtung Bonn Ja. Naja, ob führt jetzt wirklich so viel besser, ist noch. Katze, wat is los? Wat willst du von mir? Futter gab's eben schon. Gibt jetzt nix mehr. Guck mal, drei Stück haben schon das Match verlassen. Vier. Vier. Ne, diesmal nehm ich den nicht mit. Der ist eh zu doof zum Schießen, also von daher. Ja. Beziehungsweise, die schießen ja eh gar nicht, ne? So, ab und zu mal ein bisschen. Alter, was geht denn da hinten? Haben sie denn da Bots oder was? Ja. Den hat man auch keine Ruhe. Wo ist denn der Bot, der hier immer über den Markt rennt? Ach da. Jetzt hab ich kein, ich hab kein Gold mehr. Was ist das denn? Ja, siehste haben, siehste, 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 genau das ist das, was ich meine. Eben, das hat schon noch 2.000 gehabt. Ja, genau das ist das, was ich meine. Weil ich wollt mir bei dem jetzt ne Knarre kaufen, bevor ich gar nix erfinde. Das Problem, das Problem hab ich nämlich auch an Dorn. Ich nochmal aufrüsten. Okay, ich lasse ihm nicht. Glockenze! So. ... Alter, was? Magst du mir mal hier gerade hochhelfen? Scheiß Bot, ey. Ey, die springen mittlerweile sogar, ne? Die Box? Ich kann den Jungs Ich muss auch noch ein Winer sein. Hier muss noch irgendwo einer sein. Nein, die sind alle drei verreckt. Ja? Ja. Ich höre noch. Ne, doch nicht. Jetzt ist die Musik erst weg. Ja, das dauert immer ein bisschen. Hier ist noch Blue Life. Biggie. Boah, hast du ein Medpack? Eins, ja. Hier. Wo ist sie? Hier. Merci. Ey, lässt du mal meine Kabel in Ruhe, Kater. Sonst muss ich dich leider Gottes töten. So. Der Bot lebt ja noch, ne? Der Bot lebt ja. Der steht hier oben. Äh, nee, der hier über den Markt rennt. Ja. Ja. Den brauche ich nämlich nochmal. Gegner? Oh, wirklich. Oh. Der holt sich wahrscheinlich da hinten die Kiste. Der holt sich gerade, der holt sich gerade noch gar nichts. Hast du den jetzt genockt oder hab ich den genockt? Weiß ich nicht. Ja, sein Kollege ist hier. Okay, hast du genockt. Den hab ich genockt. So. Mach mal den Ballon auf. Den, den hab ich genockt. Oh, was? Hat er dort geschossen? Was war das denn jetzt? Ich hatte gerade ne Fehlermeldung. Hä? Ich hatte gerade ne Fehlermeldung. Was für ne Fehlermeldung? Ja, was weiß ich? Irgendwie was nicht das Lama? Keine, keine Ahnung. Ich hatte gerade voll die komische Fehlermeldung. Du bist nicht das Lama. Was war das denn jetzt für ein Bug, ey? Voll ne, ich hab's gehalten. Hallo, lässt du mal mein... Komm. Raus da jetzt. Hörst du mich noch? Hörst du mich noch? Ja. Gut. Scheiß Kater, ey. Vor allem, das hat eben so geknallt, als wenn du einen gesnipet hättest. Komm, komm runter jetzt. Nee, keine Ahnung. Wie gesagt, mir wurde gerade voll die komische Fehlermeldung angezeigt. Ja, und bei mir hat es geknallt, wo du den Ballon aufgemacht hast. Als wenn du einmal rumgesnipet hättest. Kopfgeld fehlgeschlagen. Zeit abgelaufen. Zeit abgelaufen. Alter, ich hab drei goldene Waffen. GZ. Geh was? GZ. Geh was? GZ. Löl, da oben wird der Gegner gejagt. Auf den grad das Kopfgeld ausgesetzt. Ab. Oben auf den Berg. Boah, Zone ist voll weit weg. Will ich jetzt wirklich da oben auf den Berg machen? Ich will in die Zone. Ich schwimme. Ich will jetzt nicht da hoch. Ich schwimme. Distanz. 15.000. Super. Hier schießt auch irgendwas. Gegner oder Bots? Gegner. Da wird gebaut. Die Frage ist nur wo. Was machst du da? Ich dachte du wolltest zur Zone. Ja, ich bin auch am Weg zur Zone. Ach so. Aber hier ist auch irgendwo der. Also ich bin in der gelben Markierung, ne? Ja, ja. Ich sehe es. Ja, da oben. Ich hab ihn gesehen. Der ist grad, äh, fliegt grad in die Zone. Ja, da oben ist ein. Den hab ich auch gesehen. Den hast du auch gesehen? Ja, aber das ist nicht der. Ich weiß. Aber ist trotzdem Gegner. Ja. Ja. Aha. Oben. Voll drüber gesprungen. Oh, really? Boah, was der direkt hierhin gebaut hat, ne? Das ist noch einer. Das ist noch einer. Oh, ich bin schon aufhören. Hast du ihn? Nein. Hat er dich? Nein. Wo seid ihr denn? Alter, was baut der da? Er ist schon ein. Ach, Junge, ey. Ne, da hab ich überhaupt kein Flair drauf auf sowas, ne? Gar nicht. Ach, scheiße, jetzt bin ich im Berg runtergefallen. Fuck. Ja, mach mich down, blödmann. Ja, mach du ruhig. Weißt du, Hauptsache, deine Karte kommt nicht nach unten, ne? Leck mich am Arsch. Hör mal, was der da hingeht. Das ist ein Knopfdruck, den der gemacht hat, ne? Nein, ist es nicht. Ach, komm doch her, du. Komm doch her. Komm doch her. Oh, jetzt hab du da was. Boah, Junge, willst du eigentlich rauchen gehen? Ja, hört sich gut an. Sonst hau ich gleich den Controller irgendwo gegen, ey. Solche Hurenkinder, ey. Wie, geht's? Ja, ich bin. Alter, ich bin. Alter, ich bin. Ich bin. Das ist, was da entங, j disgust. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Spars up above, Earth down below, orbiting closer than we ever know. Space is the best, gravity's the test, let's fly past the sky and tell Earth our goodbye. One, two, live in outer space, where the planets all dance and the stars just change. We got clues, colors, and sounds to love, we got the whole universe out here and more. I want to live in outer space, where the planets all dance and the stars just change. We got moons, comets, and sounds to love, we got the whole universe out here and more. Spars up above, Earth down below, orbiting closer than we ever know. Floating in space, I'm floating, close to you, I'm floating. We know space feels so good. We know space is 많, thanks, Noah. ί Kannst du dich noch daran erinnern Wo ich mal gesagt habe Dass ein Gruppen von mir 1000 Abonnenten braucht Damit der live gehen kann bei Youtube Ja Das meinte der Der muss nicht 1000 Abonnenten haben Dass der live gehen kann Der muss 1000 Abonnenten haben Damit der Geld verdient Nein Der braucht 1000 Abonnenten Um mit dem Handy live zu gehen Hä ich kann auch mit dem Handy live gehen Und ich habe auch keine 1000 Ja doch Aber nicht über Youtube Ah doch über Youtube Über die Youtube App Hä Ich habe es probiert Ich wollte live gehen mit meinem Account Da stand ich brauche 1000 Abonnenten Okay Das ist aber neu Ich habe Wann war das? Letztes Ja doch letztes Jahr In Brühl auf der Kirmes Oh oh Mein Spiel hängt sich auf Ähm Das dachte ich bei mir gerade auch Aber was war das jetzt? Wieso wurden wir denn jetzt nochmal neu gespawnt? Neu gespawnt war ich noch nicht Ich bin stehen geblieben auf einmal Ja ja ich auch Oh lol Äh Also letztes Jahr war das definitiv noch nicht Weil da habe ich noch von Brühl wo die Kirmes war Hab ich noch abends auf Youtube einen Livestream Über meinen Ja genau Über meinen Weil dann haben die das neu gemacht Ja Ja gut er konnte das jetzt so gehen Mit einer App Streamlabs oder sowas Heißt die Ja ja Streamlabs kriegst du auch fürs Handy Hab ich auch auf dem Handy Mit der Streamlabs App kann ich Mein Genau damit kannst du bei Youtube Ganz normal auch Nein 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 Damit kann ich bei Also wenn ich jetzt Bei meinem Handy die App öffne Also die Streamlabs App Kann ich Ah wie erklär ich das Ich kann so gesehen Mein Streamlabs auf dem PC Komplett fernsteuern Was heißt ich kann da Kann mich da muten Und kann da irgendwelche Sachen noch hinzufügen Und das machen Und das machen Und das machen Ja Ja Ich habe mir übrigens Das Pack gegönnt Welches Pack? Für 3,99 Achso Oder noch 600 V-Bucks hier Mein Mein Skin den ich jetzt habe Fuß voll Zwei Stück Ich bin gerade ganz normal Ich bin gerade ganz anders Einer ist Ich bin schon Ja ich bin schon unterwegs Einer ist noch Nur viel Muni habe ich nicht noch Löl hinter mir Da Ah Ja hier sind noch welche Ja Ich gehe mir gerade nur die Waffe holen Weil sonst habe ich gleich keine Muni Ja ich bin da auch Nock Achtung da Achtung da Wo ist da? Da unten Ja Kommt hoch Du bezahlst 3,99 Euro Und hast 600 V-Bucks schon dabei Das ist auf gut Deutsch gesagt geschenkt Ja das stimmt Guck mal du bezahlst für 1000 Ich weiß nicht 7,99 9,99 Irgendwie so Ich glaube nach der Nach der Wenn die normale Mehrwertsteuer Wieder da ist Im Januar 20 Wieder 9,99 Euro Ja das ist geschenkt Da bin ich auch mal gespannt Ob die das wieder erweitern Glaubst du auch selber nicht Wie gut das ist 3% Viel Einnahmen für den Wart mal ab Was wir für eine Mehrwertsteuer haben Wenn die ganze Corona-Scheiße rum ist Also was ich jetzt heute gehört habe Es kommt eine Ökosteuer jetzt dazu Das heißt auf Öl Auf Betzen Wie gut dass ich kein Öl habe Wie gut dass wir auf Gas umgestellt haben Wie gut dass wir auf Gas umgestellt haben Ja ich bin mal gespannt Ich bin echt mal gespannt Vor allem wurde ich vom Land NRW angeschrieben Über die November-Corona-Hilfe Ob ich die benötige Ja Musst du eh zurückzahlen Könnte ich jetzt beantragen Ja ja Guck mal alle Alle die Alle die Die jetzt Kurzarbeit haben Dürfen Steuern nachzahlen Hast du das gelesen? Den Artikel Ja Die dürfen Steuern nachzahlen Alle die Kurzarbeit haben Dürfen Steuern nachzahlen Warum? Ja weil Deutschland behindert ist Das sind doch Sozialabgaben Den musst du doch nicht versteuern Ja anscheinend schon Wenn der Arbeitslosenhilfe Die Steuer abgeben Also Wie gesagt Wie gesagt Das habe ich Wann war das? Ich glaube sogar heute Habe ich das gelesen Schon wieder Down Der gibt es doch gar nicht Ey du hast auch AIM gefressen oder was? Andy du hast aber auch AIM gefressen Achtung Gegner Achtung lashes Nicht nachladen Nicht nachladen Nicht nachladen Das habe ich поater Fallen Hahahaha Ha 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 Ah H Weißt Du wenn Dann ewige nachladen Nicht schwer Nasıl Achtung Junge, 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 Junge Was war das? Das war scheiße Deswegen drück ich mittlerweile Zwischendrin einfach mal Vierheck, dass er einfach nachlädt Der hat dich gerade ausgelacht, ne? Ja Der hat, ah, ah, gemacht Wie so ein Esel Ja, wer sich so ein Emot kauft, den kann man auch auslassen Ist die Tatsache, also ich gebe dafür kein Geld aus Ne Äh, herrlich So, ist aber jetzt auch die letzte Runde, die ich mache Ja Haben schon wieder Viertel nach Elf Je nachdem, wie schnell die Runde jetzt vorbei ist oder nicht Möchte ich noch meinen Vic Medi-Night saufen Meins ist leer Da ich nächste Woche auch dann komplett fit bin Das Asoziale ist, bei mir fängt das mittlerweile, ey, das fängt immer abends an, ne? Wo das wirklich richtig Asozial wird Ja, wo der Körper zur Ruhe kommt, ja Ja Sobald ich im Bett liege oben, ist Feierabend, ne? Da bin ich entweder nur am Husten oder sonst irgendwas Das coole ist bei der Baustelle, hör mal Wir müssen eigentlich nur noch Packer reinmachen Der holt die selber raus, der macht die Löcher selber zu Alter, ernsthaft? Ja Geiz, Geizhals, ey Ohne Witz Aber der ist gut, der war, der ist wirklich gut Ja, trotzdem Geizhals Ja, von nichts kommt nichts Ja, aber das ist Die wollen mittlerweile echt alles geschenkt haben, ne? Ja Traurig Traurig, aber wahr Cool, ich hab Verbände Scheiß Tür auf hier Cool Ich hab Verbände Und Munition Cool, ich hab noch mehr Verbände Ey, ist ja mega Du kannst ja Verbandladen aufmachen Ja, ne? Oh, ey Ich hab hier was für dich Was denn? Arsch Hab ich Hab ich Hab ich Zehn Stück von Sind denn die ganzen Gegner schon wieder? Hä? Sind doch voll viele eben hingeflogen, oder nicht? Das hört sich nach Rot an Ne, guck mal, hier, den Skin Diamant Lady Da, ein Gegner Wollte mich mit meinem Verband nur schmeißen Ach Geht's dir auch mal so, ja? Ja, das passiert manchmal, ne? Blöd Da oben drin Ich hab nichts zum Schießen, ey Hinter dir Das ist ein Bot Wie, das ist ein Bot Ja WTW, ernsthaft jetzt? Jetzt schießt er mich an Jetzt schießt er mich an Achtung, Gegner Gegner, Gegner, Gegner Ja, verknallung Schießt mich alle weg an hier Ich hab nur noch viel Muni Ich hab nichts mehr Ich hab nichts mehr Wollt ihr was? Da liegt doch Da lag doch genug Ja, der musste doch laden Ah, komm, das kann man nicht als Runde zählen So Ey, was war das denn jetzt, ey? Hat der Bot mich niedergestreckt? Ja Ne, der Bot hat dich nicht niedergestreckt Das war ein Spieler Aber der Bot stand im Haus drin Aber da stand doch der Gegner Der kam doch da raus Richtig, genau Dann war das dem sein Bot Mit einem Ausrufezeichen im Kopf? Ja Oder? Nee Ach, keine Ahnung Ist mir auf jeden Fall Das war doch keine Runde, ey Das war eine Krankheit Das war doch keine Runde Alter, was ist posten? Ist das Pizza oder was ist das? Ich glaub ja Ich fand das nicht So, jetzt ist aber danach feierabend Egal wie lang die Runde ist Ich muss ins Bett Ich muss ins Bett Und sonst so Gott macht das hier Hänge Ja, hängt ne Ja, der ist aber schlecht Nö Nö Alles gut Oh? Woll ich mich Ja, weil ich drüber Also dieser Streamcourt-Bot Der ist cool Ja, warum? Ja, weil der dir Hier in den Discord Immer wenn du live gehst Kriegst du Im Discord auch das immer Ja, das ist mir eben auch schon aufgefallen Deswegen ja oben der Raum Livestreams Also Text Text Raum Channel Ja Das ist ne coole Sache So ein Bot Huch Aua Was hat er mir getan? Schlecht sein Ich hab einen zerhackt Das ist dafür, dass er mir die Muni weggeschnappt Das ist Drecksaut Ja, seinen Partner hab ich erledigt Sehr schön Hast schon wieder den Kopfgeld angenommen So Vielleicht erledigt sich das ja von selbst Da-da-da-da-da Ah, jetzt hab ich wieder mein Gold 2500 Dafür hab ich jetzt nur noch 283 Oh, siehste Erledigt Ja Ich mach schon Ich bin hier gerade einmal beim Bot Ja Mir war gerade danach den herauszufordern So Ja Uh Ganz schnell Richtung Zone Ja, warum? Ja, nicht drauf geachtet Gucken wir, wo die Zone ist Ach, du Scheiße Ganz weite weg Hallo, Schatz Hallo Ich komm gleich auch In der letzten Runde Gucken wir, ob da oben ein Auto steht Normal müsste oben ein Lambo stehen Leider Leider nein Leider nein Autos sind recht wenig geworden, muss ich sagen In der Season Oder meine ich das nur Baut dich doch hoch Nö, ich will das so machen Wofür hab ich das jetzt gemacht? Für Munition, die ich gerade eben verbreitet Gegner Zwei Da rennen zwei Gegner Und die Zone kommt, ne? Komm her doch Komm doch her, du Pissnäck, Alter Oh ja, einmal angeschossen Bau dich ein Eine ist schon weiß Glaube ich beide schon weiß Ja, knock Putt, Junge So muss das Boah, Alter Jetzt muss ich mich erstmal hier Nichts Blöd Ich hab mich voll erschrocken Jetzt gerade, ey Warum? Ja, weil ich mit Sand versunken bin Das war knapp Das war richtig knapp Löl, das war mein erster Kill Ernsthaft jetzt? Hehehe Gegner Das weiß du kann der Zahl Und ich glaube Das ist einer Einer von den Vom Kopfgeld Kopfgeld, ne? Ja, das ist auch Das ist auch einer Vom Kopfgeld Komm, sink dich rein, Mann Äh, der im Kopfgeld ist links von uns Ah, hier, der Marshmallow-Kopf Ja, der hat mich, hat mich gerade gekillt Der, der gesucht war, hat mich gerade gekillt Fickfickle, ey Oh ja So, dann beende ich mal den Stream, ne? Feierabend für heute Reicht Stream geht ja jetzt auch schon wieder zweieinhalb Stunden Yo, yo, yo